Heute sprechen wir über das brandneue RPG mit Taktikelementen Unicorn Overlord. Bleibt dafür auf jeden Fall am Platz. Herzlich willkommen Leute, vielen Dank fürs Einschalten und danke an Unicorn Overlord für die Unterstützung des heutigen Videos. Ja, ihr habt gerade schon gesehen, es gibt sogar eine kostenlose Demo, das ist aber noch nicht alles. Natürlich gibt es auch eine richtige Version davon. Falls ihr das auschecken wollt, Playstation 5, Playstation 4, Switch und die Xbox Series X und SD ist auch mit dabei. Für die Systeme könnt ihr das Ganze bekommen ab dem 8. März, da wird es nämlich rauskommen oder ist es schon rausgekommen. Weltweit gepublished wird das Ganze von Sega und Vanilla Wear hat das Spiel entwickelt. Grundsätzlich ist es ein strategisches Rollenspiel, ihr müsst also denken, es gibt Kämpfe, Einheiten, Raster, die ihr anpassen müsst und das Ganze dann eben mit Echtzeitpassagen. Aber ihr seht es, vor allem ist hier spannend der Grafikstil. Das Ganze sieht nämlich irgendwie aus wie ein Anime, als würde man ein Manga zum Leben erwecken und zocken. Falls ihr euch also in JRPGs wohlfühlt oder eben taktische Spiele mögt, Tipps und Tricks, gerne sammelt und optimiert, dann seid ihr hier richtig. Ich finde den Grafikstil halt wirklich ziemlich einzigartig und in letzter Zeit bin ich sehr viel offener auch mal für eine Alternative geworden. Das sieht einfach mal ein bisschen interessanter, ein bisschen anders aus als das, was man sonst halt so jeden Tag vorgesetzt bekommt. Es gibt übrigens auch ein Town-Building-Part und so weiter. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein hier ins Gameplay und zocken. Ja, ich bin hier noch ziemlich am Anfang und für mich an der Playstation 5. So, bewege den Cursor zum Kommandoposten und dann gibt es einen Aufstellungsbefehl. Alles klärchen. Das ist der Kommandoposten. Aha, und jetzt kann ich hier irgendwie mein Team spawnen. Jetzt geht es also rein in den ersten Kampf. Bewegen und einmal hier hin. Das Coole ist halt, man hat eine relativ entspannte Zeit. Man kann halt nachdenken darüber, was man so macht und ganz in Ruhe quasi sein Team aufstellen. In meinem Fall ist jetzt hier vorne ein Tank und weiter hinten hier ein Anführer. Ich denke mal, am Anfang des Spiels wird es noch nicht so essentiell sein, sich das alles im Detail durchzulesen. Aber später halt umso wichtiger. Hinten eine Priesterin mit Bronzestab. Die hat natürlich auch nicht so viele Trefferpunkte. Hat nicht so eine gute Deckrate. Deswegen, ja, ist das hier die einzige mögliche Aufstellung. Dann geht es hier so rein. Sieht da ein bisschen anders aus. Alles klar, aktive Skills. Reinhodeln hier. Der Dude steckt, schlägt zurück. Hatte allerdings zum Glück eine Deckung. Und jetzt geht es nochmal weiter mit der Priesterin. Die heilt also. Ah ja. Smite und Kill. Ich glaube, ehrlicherweise ist das Spiel nicht für alle von euch da draußen was ist, wenn ihr ganz klassische Open-World-RPGs am liebsten zockt. Also man muss schon so ein bisschen drauf stehen auf dieses Rundenbasierte. Man muss das mögen, meiner Meinung nach. Und ja, auch einen Spaß vor allem an diesem Taktikelement haben. Diesem Zusammenstellen eben von den Teams. So, jetzt sollten wir aber hier, glaube ich, ganz gut durchjodeln. Gegen dasselbe Team nochmal. Rumps und Lodge. Jibiii. Plus 5 im Flachland. So, jetzt müssen wir zurück, die Stadt zurückfordern. Machen wir das mal. Bewegen oder was? Und besetzen. Da ist auch noch Lex zurückgekommen aus dem Office. Ja, das Ganze wird übrigens begleitet von der Geschichte natürlich. So, wir müssen jetzt Lex bewegen. Hier wurde quasi so die ganze bekannte Welt von einer bösen Macht eingenommen. Ich will jetzt nichts spoilern an der Stelle, damit ihr das selbst für euch noch erleben könnt, was in der Geschichte passiert. Ja, ist auf jeden Fall eine recht dunkle Kiste. Und by the way, wenn ihr euch jetzt schon denkt, ey cool, das könnte was für mich sein, dann könnte es ja interessant für euch sein, den Link hier unten in der Beschreibung auszuchecken. So, wir müssen jetzt hier den Lex zum Gegner bewegen. Halt dich für ambitioniert, den Dut hier alleine hinzuschicken. Aber gut, machen wir es scheinbar so. Ja, probieren wir es einfach mal. Na, komm, okay, wir haben nur fünf Schaden genommen. Elf, okay, ein halbes Leben schon. Den kriegen wir nicht im One-Hit hin. Das wird schwierig, ehrlicherweise. Ich sehe mich da jetzt nicht gewinnen. Niederlage. Hm, okay, jetzt kommt noch eine Rettungseinheit dazu. Können wir aufstellen und zwar Joseph. Joseph eilt jetzt zur Hilfe. Bewegen. Können wir die Einheiten so mergen? Ja, okay. Mergen jetzt nicht, aber wir konnten die Position tauschen. Und jetzt ist hier unser tapfer Ritter natürlich vorne mit dabei. Ehrlicherweise gehe ich davon aus, dass es so geskriptet ist, dass du das Level verlieren musst, um ein bisschen ins Spiel reingeführt zu werden. Die Dudes haben jetzt Angst, alles klar. Puh, ey, dem Lex geht es gerade so noch gut. Danke für den Heiltrank. Können wir jetzt wahrscheinlich nehmen, ne? Kleiner Heiltrank. Perfekt. Wir haben jetzt mehrere Einheiten ausgewählt. Können wir jetzt mit der Gruppe quasi hier hinlatschen, so wie ich das verstehe, oder? Jo. Und dann angreifen, I guess. Komm, lassen wir mal unseren Paladin drauf platzen. So, auf geht's in den letzten Kampf hier gegen den Big Boss. Wollen wir mal ihn vorschicken? Ich glaube, er ist... Ah, wobei? Ich glaube, so sieht's nochmal besser aus für uns. Machen wir das mal. Tank mit Priesterin. Rodrik. Roms. Okay, der hat nur einen Schaden genommen. Er war allerdings auch in Deckung. Und die Priesterin, okay, die haut ordentlich rein mit ihrem Zauber, weil er die scheinbar nicht blocken kann. Flinke Heilung geht rein. Und Roms. Tja, alte R2 gedrückt, um die Zeit zu beschleunigen. Komm, lassen wir ihn nochmal dran. Ich meine, wir haben ja ganz gut performt eigentlich. Wir haben ja drei Einheiten. Latsch. So, down ist er immer noch nicht komplett und wir haben keine Aktionspunkte gerade mehr. Aber wir haben ja noch ein Team, oder? Ach, wir können sogar nochmal mit ihm angreifen. Ja gut, dauert jetzt halt ein bisschen, ne? Da muss der Grind einfach kommen. Roms. Ja, easy kill. Easy life. Drei Versuche, beziehungsweise drei Anläufe. Wir sind ja nicht gescheitert. Und der Hafen ist wieder unser Level beendet. Sehr gut. Schau mal hier. Ah, okay, es gibt hier so einen Zeitbonus und so weiter. Das wusste ich nicht. Das heißt, da musst du eigentlich dann wahrscheinlich gucken, dass du ordentlich mit Drang, äh, zeitlich knackig dabei bist. Ja. Passt. Wie lächerlich, Mann. Sagt zumindest Hodrick, dass ein Mann meines Standes von den lächerlichen Überresten Kornias in die Knie gezwungen wurde. Du bist in der Tat tief gefallen, Hodrick. Wieder, äh, wieder und wieder hast du dich auf dem Schlachtfeld an der Seite ihrer Majestät dem Tod gestellt. Und nun, ich mag nicht mehr dein Schwertmeister sein. Aber ich kann dir zumindest ein würdevolles Ende bieten. Moment. Oh, halt. Was? Sag, Hodrick, erinnerst du dich noch, wie du mit mir gespielt hast, als ich noch ein kleiner Junge war? Deine Treue war allen anderen Rittern ein Vorbild. Wie konntest du das wegwerfen und dich Galerius beugen? Das ist die Frage. Wieso hat der Hodrick das gemacht? Er will seinen ehemaligen Freundchen nicht zum Tode verurteilen. Ähm, er möchte einen Grund wissen, warum er nicht sterben soll. Allein, der Regen. Oh, oh. Wo bin ich? Er war natürlich hypnotisiert. Na klar. Na klaro. Ist er jetzt auf unserer Seite, oder was? Ah, okay. Ja, weiter geht's mit dem Bötchen. So, Hodricks Verstand gehört wieder ihm selbst. Da haben wir echt nochmal Glück gehabt, gerade so. Und jetzt geht's Richtung Hafen. Wir brauchen Pferde und dann treffen wir uns mit irgendwem. Ja, schauen wir mal. Den Fortschritt speichern wir. Ja, komm, machen wir einen Spielstand. Lieber einen mehr als einen weniger. Und wie gesagt, ähm, ihr könnt es alle gratis ausprobieren. Ihr könnt es alle gratis in der Demo zocken. Und schon, ja, einige Zeit auch bislang. Demos, finde ich, sind immer das Fährste, was du überhaupt machen kannst, wenn du ein Spiel halt rausbringst. Und unsere kleine Gruppe hat sich ein bisschen verändert hier an der Stelle. Oh, oh. Kein nettes Willkommenskomitee. Roms. Klatsch. Lasst eure Hände von mir. Scarlett. Chloe. Nein. Na, ihr merkt, das ist wirklich ein sehr Story-lastiges Erzählspiel. Bin ich mal gespannt, ob euch solche Arten von Games eben gefallen. Aber ich persönlich finde natürlich die taktischen Elemente mit am interessantesten, gerade wenn du dann später die Teams zusammenstellst. Vorne ein Tank, hinten ein Priester oder Priesterin. Ähm, dann irgendwelche Ranges noch, die flankieren und so. Da habe ich schon Bock drauf. Äh, sowas feiere ich immer ziemlich. Oh, oh. So, Renault fährt einmal kurz weg mit einem fetten Motor. Und wir spawnen im Nirgendwo, wo überall Gegner sind. Huskals. Ja, neue Einheiten. Die sind hervorragende Angreifer, die die gegnerische Abwehr senken und schweren Schaden verursachen können. Das wollen wir natürlich nicht. Und die Festung ist die letzte Verteidigungslinie. Also verteidigen wir die mal und wählen hier unseren Aufsteller. Verzeiht die Störunghoheit. Aber ich fürchte, ohne nötige Neuformierung werden wir Schwierigkeiten bekommen. Das kann sein. Ja, das kann sein. Also Neuformierung. Wie machen wir das? Ähm, so. Wir können hier die Zuweisung auf jeden Fall aufheben und dann hier einzelne Leute platzieren. Ah, die Einheit ist voll. Wir haben nur maximale Größe 2. Gut, ergibt jetzt keinen Sinn natürlich da jetzt eine Range zu platzieren hier hinten. Aber machen wir hier so einen Reiter-Kollektiv. Ja, nehmen wir den Clive noch dazu. Und da unten Helle Baden bei Chloe. Einen guten Hodrick davor, I guess. Joa, machen wir mal so. Die hier sind alle gesperrt. Also später wird es einiges an Einheiten geben. Joa, stellen wir auf den. So, jetzt gibt es ja auch mehr Features. Gegenstände, Ausruhen können wir uns zurückziehen oder aufstellen. Ja, bewegen wir uns rein oder was. Kämpfen. Kann ich hier noch einen beschwören direkt im Kommandoposten? Glaub schon. Ja, cool. Bewegen wir hier hin. Und können wir noch einen aufstellen. Machen wir erstmal ein bisschen Zeit. Bewegen. Machen wir so. Ja, kämpfen wir mal eine Runde hier mit den Reitern. Nice, One-Hit. Also der Dude ist wirklich sehr stark auf dem Pferd. Immun gegen Schwäche. Roms. Thjost wieder am Thjosten. Easy Kill. Holen wir nochmal ein bisschen die Zeit vor. Und das Limit läuft ab. Gehen wir hier in den nächsten Kampf rein. Aber die machen sich ja echt gut. Also muss man nur aufpassen, dass man die nicht overused. Und sonst müssen die sich so ein bisschen ausruhen, glaube ich. Drops. Ja, nur einen Schaden erlitten. Platsch. So, schauen wir mal, dass wir unsere Backline langsam mal nach vorne kriegen. Ansonsten kann man hier den Ausruhen sagen. Aufstellen. Jo. Die dritte Einheit nochmal. Und die bewegen sich dann bitte hier hin. Die bewegen sich dann noch ein weiter. Schauen wir mal, was wird. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier aussieht mit der Ausruhung. Warten wir einfach mal ein bisschen ab. Verdammt. Feindliche Truppen überall. From the East, from the South and from the North. Wir wollen Verstärkung holen natürlich. Ist klar auch irgendwo. Würde ich auch machen. Jetzt geht es ab in den nächsten Kampf. Heute mit Bodentruppen unterwegs. Auf den Passivraub. Hier bin ich mal gespannt vom Dagger Swagger. Flatsch. Hier in den Kämpfen müsst ihr übrigens zumindest bislang nichts aktiv machen. Mal gespannt, was sich da auch noch verändert. Aber wir werden jetzt erstmal hier ins Spiel reingeführt. Und kommen so in die basale Truppenaufstellung rein und Co. Da gehe ich mal von aus, wird das noch deutlich tiefgreifender später. So. Nochmal nachschlagen. Einmal Nachschlag bitte. Jep. Angreifen. Joa. Auch das Instant Level 2 haben wir jetzt hier mit Alain erreicht. Sehr cool. Das heißt, wir haben deutlich mehr TP 2 mehr. Nämlich einen physischen Angriff. Abwehr haben wir mehr. Magie Angriff. Okay. Also wir können auch theoretisch dann einzelne Einheiten, sag ich mal, hochgrinden. Indem wir uns eben auf die vor allem fokussieren. Kann der hier irgendwie bewegen bitte? I don't know. Oder sind wir einfach im Weg? Das kann ja auch sein. Ich glaube, wir sind im Weg. Okay. Okay. Verflucht, Mann. Durchdringende Angriffe. Oh. Verstehe. Die Speer-Dudes, die haben durchdringende Angriffe. Das Coole ist ja, hier haben wir die Formation schon so angepasst, dass es wahrscheinlich gar kein Problem sein sollte. Denn wir haben ja hier die Leute nicht hintereinander. Ich hoffe jetzt. Ja. Okay, ist das richtige Team. Greifen wir mal an und schauen, was wird. Erstmal hier einmal ein Flutsch. Klatsch. Boom. Oh. Der geht schnell down. Jetzt bin ich mal gespannt. Trifft der beide? Trifft der nur den einen? Trifft nur den einen auf jeden Fall. Ja, cool. Haben wir direkt gewonnen. Auf so einer Brücke ist das dann natürlich ganz praktisch. An so einem Speerträger. Angreifen. Wir könnten hier jederzeit tauschen. Aber wir nehmen jetzt mal den auf dem Pferd. Die sind auch nebeneinander. Ja, perfekt. One-Hit. Sehr entspannt. Sehr chillig. Ja, haben wir geschafft. Wie gesagt, gerne nochmal der Hinweis. Unten auschecken. Unicorn Overlord. Verfügbar auf der Switch, auf der Playstation 4 und 5, der Xbox Series X und S. Deswegen gerne mal auschecken und natürlich über den Link gehen. Das würde mich besonders freuen und supporten, ihr Lieben. Lasst gerne ein Abo da, falls es noch nicht geschehen. Und checkt auch gerne dieses Video hier oben aus. Oder dieses. Das würde mich mega freuen. Ich bedanke mich. Bis bald. Euer Wald. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao, Leute.